Cool! Ey, das haben sie echt geil gemacht! Da hab ich einen Capri! Geil! Das gefällt mir. Das ist richtig nice programmiert, Alter. Richtig nice. So, und jetzt? Zum Haus. Oh! Oho, Alter. Die Ballern gleich wieder. Das hätt ich echt ganz cool gemacht. Das ist sehr übelst realistisch gemacht bei GTA 5. Ich will nicht wissen, wie lange die programmiert haben. Ich glaube, 5, 6, 7 Jahre mindestens. Na ja, Rockstar lässt sich ja immer bei den programmieren sehr viel Zeit und gibt ihren Entwickler auch genügend Zeit. Tschüss! Damit das Spiel wirklich super rüberkommt. Ist auch einer der wenigsten Spiele, die wirklich so lange programmiert sind überhaupt bekommen. Die meisten... Ah, schnell, 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 alles fertig, alles fertig. Du willst Geld, Geld, Geld verdienen. Aber bei Rockstar ist das ganz anders. Die haben echt die Zeit und die nehmen sich auch die Zeit. Ja, das finde ich echt ganz cool. Oho, rot, keine Ahnung, was rot bedeutet, böse. Ja. Das finde ich echt super, also... Ja. So. Ohoho. Voll mit der Kante geschliffen. Ohoho, Alter, ich habe hier noch ein Capriolet. Ja, von Helikopter. Helikopter hat schon gerne mal fliegen, GTA. Ah, stimmt, da kann man auch noch Polizisten dabei noch. Müssen wir auch mal ein Geld verdienen, nebenbei. Vorbei, verdammt. Boah, dreht richtig durch. Also, ich finde es sehr cool. Also, es ist echt nice gemacht. Stopp, Schild. Stopp, Schild. Ladane. Oh, hier hat man kann hin. Schick, schick. So, meine Herren. Jetzt müssen wir sich nicht mit sich rein sehen. Warte mal. Warte mal. Haar drücken. Wieder so geil. Geht das? Boah, geil. So geil gemacht. So ein Hammer, Alter. Übelst geil programmiert. Geil, Alter. Das parken wir mal. Hm. Hier so. Okay. Wie sieht es denn eigentlich aus? Alter. Alter. Hm. Ein bisschen. Ja. Ausbaufähig. Ich bin da. Der Mann, der bezahlt die Bälle, ist hier. Ich bin hier los. Du denkst, ich bin dumm, oder? Ich weiß, deine Tricks. Ach, es geht wieder los. Beleid euch wieder gegenseitig. Genau. Oh. Du, 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 du. Ich muss hier raus. Mach den Fernseher aus. Guck den liefende Scheiße sich an. Irgendwelche Musikquatsch. Ja, genau. Tanze. Um Gottes Willen. Typisch Frauen. Ich gehe wieder raus. Das ist nicht so verrückt. Mein Gott. Deswegen gibt es eine Macke in dem Hinterput. So. Was soll ich jetzt machen? Bin ich? Nö. Hm. Lester. Komm, wir besuchen mal den. Lester. Hm. Rot. Schwarz. Okay, Musik. Erstmal auf. Warte mal in diesem Moment, ne? Scheiße hier. Ah. So. vorsicht wie viel geld haben wir denn überhaupt eigentlich hätte ich mal die waffen kaufen können 7.000 raum und das ist eine riesen sache das kann ich ja gleich viel zu wenig money wir brauchen mehr geld so ich war schuld halte aus der veranderung jetzt fahren wir erstmal durch die pompe polizisten mit meiner hervorragend klasse ich hab wieder das talent dafür das war nicht nur absicht ab durch die mitte und weg immer noch nicht und sie lieben das ganze jetzt gehen wie kann man haben finden wir maximal für sich wieder und anwenden von anderen ob sie hier um ein spaß auch wo du hin fährst Hääääh Ah Alter ich fahr auf der Gegenfahrbahn Hääähäh Hääähäh Geil Alter ich fahr auf der Gegenfahrbahn Hey Leute was geht Hääähähäh Weicht gerade aus Oh Was für ein Unfall Äähähäh Ich fahr mal auf der anderen Auf der richtigen Seite Wir wollen ja noch keinen Verkaufs-Karren ändern Müsstens mit Panda langfahren Alter Ich weiß gar nicht ob's Panda weg gibt in GTA 5 Ich hoffe es mal ja Oh ich muss abbiegen Wir wenden noch mal auf der Autobahn Vorsicht mal raus ich muss wenden Girls and Boys ich wende dann mal Ja wenn's so wild noch auf der Autobahn Ja auch Leute jetzt hab ich schon fein mal verpasst Leute Wenden noch mal Das Leben ist gefährlich für echtes Leben Alter Aber ja kann man das mal machen Guck mal Motorradfahrer pass mal auf Oh Boah man man kann aber so nicht fahren Ha 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 Niau So ein bisschen Stoff geben hier Tschüss Oh ne wunderbar wild Pläster Tschüss Wo ist dem schönes gibt Oh Muss er noch bitte fahren Hier steht ja irgendwie falsch Barraverbot Die Verkehrsführung in manchmal in GTA oder sowas Müsstel Kawein Merkurier Bisschen 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 Das hilft dir auch nicht mehr Das ist fertig in der Welt Der ist jetzt böse auf mich Bisschen 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 Für Poischen Bisschen Ggematt Fabian maz o ho im Agel you humour Wo als 场 E spaced geworden Für Ich habe doch hier Oh, das ist doch ein bisschen Ich weiß, dass du nie mich nie vertraut hast. Wie für dich, du hast zu verstehen, dass ich nie jemandem nicht gesagt habe. Dass du stattdessen, in Nord-Yankton wirst du angrily decomposieren, in Los Santos mit einem Schrank... ... und einer Frau, die dich nicht mehr liebt. Ja. Ja, well... ...since du es so gesagt... Hey, shut up. Ich habe einen iFind-Alert. Das kleine college-boy-sack-of-shit-phoney-fuck... Wer? Jay Norris? Ja, das ist ein liebier. Ich habe seine e-mails gelesen. Er ist ein liebier. Ich habe ihn gesagt, er hat die Amerikaner gespürt. Was, indem wir alle die Jobs haben? indem wir uns kleine 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 Plastik-Restricted-Access-sit? Oh, jetzt ist es die Zeit, du liebier. Was in die Hölle bist du? Du bist jetzt zu bekommen... ... die blöde blöde blöde, die du immer erwähnt hast, Mikey. Hier. Hier. Das, äh... ...fassionably-retro-weir für einen 45-jährigen Mann. Aber ich kann nicht aus dem 1980s-Bag... ... und sich selbst auf... ... wie ein Billionaire Math-Genius... ... mit low-level Asperger's. Du solltest bereit sein... ... für den kleinen Glitch... ... für dein repulsives, pseudo-messianische Leben. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. Wir werden uns die Darwinism zurück in Social-Darwinism... ... und, brother, es wird Spaß gemacht. You fucking kidding me? Ich bin ein Bank robber, nicht ein Webdesigner. Also, wir werden bald robben. Ah... ... ich will was finden. Just like the old days. Hm. Oh weh. Ziemlich trauriger Typ. Also, echt traurig also. Also, hm. Okay, die Kamera ist los. Entschuldigung. Ich habe etwas schadevolles zu tun. Ja, ja. Wir wissen Bescheid. Okay, wir müssen denen also helfen. Bis dahin, der hilft dann auch uns. Wir müssen jetzt... Hm. Wir müssen überhaupt... ... dahin. Okay. ... ...